Hallo meine lieben Freunde, welche Bedeutung hat Pfingsten überhaupt? Für die meisten Menschen bedeutet Pfingsten ein verlängertes Wochenende. Ein Wochenende in der Frühlingszeit mit zartem Grün. Man unternimmt Ausflüge in die Natur oder man trifft sich zum Grillen. Doch in der momentanen Corona-Zeit sind solche Treffen mit Freunden und weitere Feste fast nicht überall möglich. Viele Menschen sind alleine. Doch gerade in dieser jetzigen Situation hat man Zeit über viele Dinge nachzudenken. Auch darüber, warum wir eigentlich Pfingsten feiern. Pfingsten gehört zu den drei wichtigsten Festen der Christen, nämlich Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Und es sind gesetzliche Feiertage. Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Evangelische Theologen sagen, Zitat, dieser Geist bewirkt bei Menschen nicht nur früher, sondern auch heute neue Kraft und neuen Mut. Wer vom Heiligen Geist erfüllt wird, spürt, dass sich die innere, die innerliche Leere mit Liebe füllt, die von Gott kommt. Ein katholisches Portal meint, dieser Heilige Geist, der auf die Jünger herabkam, schuf die Einheit der Gläubigen und hob die Kirche aus der Taufe. Also sind weder Gott noch Jesus, sondern die Kraft des Glaubens für die Christen in der Welt gemeint, die an keine Figur gebunden sind. Pfingsten endet nach 50 Tagen der Osterzeit. Der Begriff wird abgeleitet vom griechischen Wort Pentekoste, der 50. Tag. Ursprünglich geht vermutlich Pfingsten auf das jüdische Fest zurück, die Feier der ersten Ernte im Jahr, an dem auch zahlreiche Pilger nach Jerusalem kamen. In der Bibel beschreibt eine Apostelgeschichte, dass ein Wind über die versammelten Christen fegte, sodass diese in mehreren Fremdsprachen predigten. Und zwar, der Heilige Geist ist erschienen. Das war auch der Ausgangspunkt für das missionarische Wirken der Jünger. Der Jünger Jesus. Der zentrale Punkt im Christentum. Ein Symbol für Pfingsten ist mehrfach eine stehende weiße Taube für den Heiligen Geist. In der Bibel spielen Tauben in der Pfingstgeschichte keine Rolle. Stattdessen werden Feuer und Flamme erwähnt. Und der Pfingstochse bezieht sich, wie auch die Pfingstrosen, nur auf die Jahreszeit. Gefeiert wird das Pfingstfest von den gläubigen Christen mit Prozessionen, Andachten, in der Kirche oder unter freiem Himmel. Ich wünsche euch besinnliche Pfingsttage mit euren Lieben. Herzlichst eure Deria